Aber wie können die das? Ich meine, wie kann man denn Zeit wirklich stehlen? Wie soll denn das gehen? Ja, rief Claudio, was ist denn Zeit überhaupt? Niemand wusste eine Antwort. Auf der anderen Seite des steinernen Rundes erhob sich nun das Mädchen Maria mit dem kleinen Geschwisterchen Dede auf dem Arm und sagte, Vielleicht ist es sowas wie Atome? Sie können ja auch Gedanken, die einer bloß im Kopf denkt, mit einer Maschine aufschreiben. Das habe ich selber im Fernsehen gesehen. Es gibt doch heute für alles Spezialfachleute. Ich habe eine Idee, rief der dicke Massimo mit seiner Mädchenstimme. Wenn man Filmaufnahmen macht, ist doch alles auf dem Film drauf und bei Thomant-Aufnahmen ist alles auf dem Band. Vielleicht haben sie einen Apparat, mit dem man die Zeit aufnehmen kann. Wenn wir wüssten, wo sie drauf ist, dann könnten wir sie einfach wieder ablaufen lassen. Dann wäre sie wieder da. Jedenfalls, sagte Paolo und schob seine Brille auf der Nase hoch, müssen wir erstmal einen Wissenschaftler finden, der uns hilft. Sonst können wir gar nichts machen. Du immer mit deinen Wissenschaftlern, rief Franco. Nun erhob sich Gigi Fremdenführer. Liebe Freunde, ich habe mir die ganze Angelegenheit gründlich überlegt. Ich habe hunderte von Plänen entwickelt und wieder verworfen, bis ich schließlich einen gefunden habe, der mit Sicherheit zum Ziel führen wird, wenn ihr alle mitmacht. Er machte eine Pause und blickte langsam im Ganzen rundum her. Mehr als 50 Kindergesichter waren ihm zugewandt. Die Macht dieser grauen Herren liegt darin, wie ihr nun wisst, dass sie unerkannt und im Geheimen arbeiten können. Also ist das einfachste und wirkungsvollste Mittel, um sie unschädlich zu machen, dass alle Leute die Wahrheit über sie erfahren. Und wie werden wir das machen? Wir werden eine große Kinderdemonstration veranstalten. Wir werden Plakate und Transparente malen und damit durch alle Straßen ziehen. Wir werden die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf uns lenken. Und wir werden die ganze Stadt hierher zu uns ins alte Amphitheater einladen, um sie aufzuklären. Es wird eine ungeheure Aufregung unter den Leuten geben. Tausende und Abertausende werden herbeiströmen. Und wenn sich hier eine unübersehbare Menschenmenge versammelt hat, dann, dann werden wir das schreckliche Geheimnis aufdecken. Und dann, dann wird sich die Welt mit einem Schlag ändern. Man wird niemand mehr die Zeit stehlen können. Jeder wird so viel davon haben, wie er nur haben will. Denn von nun an ist ja wieder genug da. Und das, meine Freunde, können wir, wir, wir alle gemeinsam schaffen, wenn wir nur wollen. Wollen wir? Ein vielstimmiger Jubelschrei war die Antwort. Ich stelle also fest, wir haben einstimmig den Beschluss gefasst, die ganze Stadt für den nächsten Sonntagnachmittag ins alte Amphitheater einzuladen. Aber bis dahin muss strengstes Stillschweigen über unseren Plan bewahrt werden. Verstanden? Die folgenden Tage herrschte heimlicher, aber fieberhafter Hochbetrieb in der Ruine. Papier und Töpfe voll Farbe und Pinsel und Leim und Bretter und Pappe und Latten und was sonst noch alles nötig war, wurde herbeigeschafft. Wie und woher, wollen wir lieber nicht fragen. Und während die einen Transparente und Plakate und Umhängetafeln fabrizierten, dachten sich die anderen, die gut schreiben konnten, eindrucksvolle Texte aus und malten sie darauf. Es waren Aufrufe, die zum Beispiel Folgendes mitteilten. Und auf allen stand außerdem Ort und Datum der Einladung. Als schließlich alles fertig war, stellten sich die Kinder im Amphitheater auf, Jitschi, Beppo und Momo an der Spitze, und dann zogen sie laut lärmend mit ihren Tafeln und Transparenten im langen Gänsemarsch in die Stadt. Ein paar Mal griff die Polizei ein und trieb die Kinder auseinander, wenn sie den Straßenverkehr behinderten. Aber sie ließen sich dadurch keineswegs entmutigen. Sie sammelten sich an anderen Stellen wieder neu und fingen von vorn an. Graue Herren konnten sie trotz angestrengtester Aufmerksamkeit nirgends entdecken. Aber viele andere Kinder, die den Umzug sahen und bisher noch nichts von der ganzen Sache gewusst hatten, schlossen sich an und gingen mit, bis es viele hundert und schließlich sogar tausend waren. Überall in der großen Stadt zogen nun Kinder in langen Prozessionen durch die Straßen und luden die Erwachsenen zu der wichtigen Versammlung ein, die die Welt verändern sollte.